Ich schlafe schon wieder seit Tagen, nicht jage die Welt und in den Träumen nach, miete dir alles, was ich niemals hatte, weil es viel zu teuer war. Warum stand das da? Warum hast du das nicht am Drehtag gesagt? Warum hat dir überhaupt dein Bild im Bart? So beim Kacken, guck mal. Warum ich das nicht gesagt habe, alle Leute im Stream-Business, wir haben einen Glocken gedreht. War das? Okay, ich schlepp das Bild raus. Ich schlepp das Bild raus. Und was für ein Bild ist das? Eine Van Gogh. Van Gogh. Und der geil. Wolltest nur Aufmerksamkeit und nicht Schuhe von Karte und Pilze. War dir schon immer egal, ob ich eine AP an den Hand trage. Tja, jetzt nicht mehr. Tja, jetzt nicht mehr, bitte. Das war's mit deiner AP, bitte. Er wusste schon damals. Er wusste schon damals. Oder ob wir wieder ohne einen Cent auf der Band mit der Band fahren. Ich schaue in den Spiegel und sehe den Mann, der dich immer geliebt hat. Tausende Frauen, doch... Oh, das war... Oh, Mois. Keine verwandelten Krieg in einen Spielplatz. Würde, dass alles verbrennt für sie, aber keiner versteht mich. Wollte doch nur, dass die Zukunft von meiner Familie es zu helfen ist. Wieder viel zu spät. Weißt du, was mir sofort in meinen Kopf kommt? Oder die es aufräumen danach. Boah. Musst du die aufräumen? Ja, ich... Aber ich muss sagen, das Video ist geil geworden. Auch das Pärschen spielt gut. Wir haben Sämtchen. Mach dir Licht aus, leg mich zu, der Hinweis, dass du nicht schläfst. All die Zeit vergeht, jeder viel zu schnell im Stall des Unterliffs. Jede Nacht, verdammt, scheibe es, du dein Geist. Krass. Das Video ist krass, man muss wirklich... Voll. Du musst von oben halten, Bruder. Ich zeig dir jetzt, wie man die Sequence-Fotos macht. Noch von weiter oben so, dann ist das Gesicht so richtig schön verzerrt. Hier werden Karrieren beendet. Kennst du den Film Marciana? Das ist geil. Wo noch nicht mehr zeigen, du musst den Kameras... Boah, das ist auch schon sehr cringe. Wollah, was hast du auf den gemacht, ein Alien? Wollah. Ich hatte deine Sprache verstanden und konnte dich lieber sehen. Heute streiten die einzige Sprache, die eine steht. Hast du gehört? Hat das? Guck mal, ist das so Battle so? Ich mach das kaputt. Das kaputt, ich mach das kaputt. Dann mach ich das kaputt. Dann mach ich das kaputt. Lack, ich... Lack, ich fick deinen Vater gleich. Lack, du... Du musst näher ins Rot kommen, Bruder. Lack, 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 lack. Also jetzt nicht dieses Mädchen, ich mein so. Die, die, das ist unsere Zeit der Geschichte wieder. Keiner geht auf den Chat ein, Bruder. Lies mal ein bisschen was vor, ich hab meine Brülle nicht auf. Oh, la, Bruder. Moin, Sexboy. Hey. Hey. Mach weiter. Mach weiter. Hups. Was macht der hier? Du Hund. Und der? Ja? Kann ich auch. Leck, ich. Damit ihr so nicht mehr leben müsst. Manche macht schon nur der Weg verrückt. Aber für jedes der Teile im Puzzle ist die gehen wo auch mal ein Gegenstück. Lernen zu schätzen, denn vieles im Leben ist nicht selbstverständlich. Oh. Das ist eine sehr gute Pause. Übrigens, sehr, sehr netter Typ. Die haben auch wirklich gut gespielt dafür, dass sie immer... Ja, muss ich auch sagen. Respekt und schöne Grüße an die Leute. Woher kommen die aus Hamburg? Ja. Ne, was warum geht? Die sind anderthalb Stunden eingefahren. Ja, Respekt. Erkennen den Wert, von dem das für Leben ist dann, wenn es wirklich ist. Träumen von Autos und Geld, wir wollen so vielen besitzen. Aber am Ende des Lebens, da kann man das alles nicht behaupten. Ja, geil. Jetzt nimmt der Richtung aus. Okay, jetzt wird's aus dem Stortes. Jetzt wird's aus dem Stortes. Jetzt wird's aus dem Stortes. Und mache den Licht aus. Sag mich zu, der weiß, dass du nicht schläfst. Oh, der auf Erotik, äh, äh, der erotisch angelehnte Boss. Der erotisch angelehnte Boss, aber das ist mir mal angeratet. Komm, ich zeig dir Pokémon-Karten-Boss. Aber man muss sagen, der spielt auch das Video. Ja. Der hat guten Style, Video ist meins, Song ist geil, also streamt alle den Song auf jeden Fall. Oder der Song ist übelkrank. Ja, feier ich. Die Zeit vergeht wieder viel so schnell, steil des Unterwegs. Jede Nacht, verdammt, schreib, bis du dann gehst. Boah, das Ende war Gänsehaut. Habt ihr das gesehen? Lass mal ein bisschen zurückspringen. Ja, die hat sich vertragen, Jani. Sie will gehen, er zieht sich zurück, so nach dem Motto, so, du gehörst mir. Komm, hier, du Schlampe. Ich fick deinen Vater, wie ein Wichtum. Ihr habt ihr auseinandergebracht. Ihr habt ihr auseinandergebracht. Ey, ich kann nicht lachen, jetzt wieder auf. Gönnt euch das einmal. Na komm hierhin, du Hund. Na komm, du Hündin. Die will gar nicht, der so bleibt hier. Oder er hat sie im Schwitzkasten, der sagt so, nein, du bleibst hier. Wallah. Ich fick dein Vater, was hab ich denn gerade gesagt? Okay. Auch hier müssen wir sagen, gönnen Sie einen Daumen runter. Liked alle das Video, klickt alle das Video. Aber nicht um hierhin.